Alina, wir reden über Nackte. Nichts lieber als das. Sehr spannendes Thema, sehr delikat, sehr interessant, deutsch, historisch. Also zum Beispiel die Blauschillernden, die wachsen jetzt anders schnell als die Grünschillernden. Dann gibt es noch Karierte, wirklich kein Witz. Hast du vielleicht schon mal gesehen, Fleischfühlen sind kariert. Nein, glaube ich noch nicht, Gott sei Dank. Nein, sehr eleganz gekleidet. Ja, ja, auf jeden Fall ist das Thema. So was lese ich ja nur, wenn ich Mörderkohle dafür bekomme, ja. Da draußen sind eine Menge Verrückte und weißt du, wo die alle sind? Die sind alle im Internet. Wir an den Sachsen reden heute ja nie über die Bilder. Von Fotografie verstehst du, Schick, doch nun gar nichts. Wenn wir stets Scheiße angucken, dann haben wir einen beschissenen Wortschatz. Visuell. Also wo muss es hingehen in Zukunft? Ich glaube, die Gabe, zuzuhören und auszuhalten, würde uns helfen, voneinander zu wissen und von aneinander zu akzeptieren. Da habe ich gedacht, wow, da müsste jetzt eigentlich die Diskussion losgehen. Man braucht auch gerade zu dem Kontakt, was einem fremd ist. Du musst die Fingerspuren, die Fußspuren, die Ohrenspuren, das Blutbild, die Spritzspuren. Also ich glaube, dass der Mensch sich über Humor immer am ehesten begreifen kann. Aber ich glaube, es hat sich trotzdem gelohnt. Habe ich mir doch nicht über Fotos geredet. Und irgendwann... Okay! 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 Das war's für heute.